Ja und so meine recht herzlich willkommen wieder zu Call of Duty World War II und zwar zum neuen DLC und zwar gibt es jetzt wieder drei neue Maps und das ist natürlich Market Garden, Monte Casino und Stalingrad. Ich wäre jetzt mal am überlegen, wer jetzt mit meinen Leuten jetzt nochmal so anhaulen, wer sie gleich fragen, ob sie mit mir in der Runde zocken werden in diesem neuen DLC, der ja natürlich immer vorab einen Monat bei Playstation 4 eher erhältlich ist als auf allen anderen Konsolen, also ob auf Xbox One oder PC oder sonst auch ein Dünnsch ist. Dann gibt es auch auf jeden Fall eine neue Zombie Map, das war die Turb Turb Path, glaube ich hieß die. Die soll sich in drei Kapiteln abspielen und ja, wir werden uns erstmal die drei Karten von dem neuen DLC angucken und dann denke ich mal, gucken wir uns in einer anderen Folge bestimmt mal den Zombie Modus an. Gucken wir, wie weit wir es schaffen, ich weiß es nicht. Also, ich würde dann erstmal sagen, viel Spaß und ich bedanke euch schon mal und wir sehen uns ingame. Ciao! Ich habe drei Flaschen am Teich gehabt, eine von mir, der Fränky hat mir eine geschenkt und du hast mir eine geschenkt. Hm. Willst du schmecken? Willst du schmecken? Welches war? Also meine Apolderer Kästen sind alle, bei den Kösterer Kasten waren gerade mal vier Flaschen raus. Alter, wir zocken hier und wir nicht übersaufen, was ist denn das hier von der Scheiße, Alter? Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Stream. Ich bin der Stream machen. Team Deathmatch, Zeit, um zu zeigen, was du gemacht hast, Soldiers. Ist der dumm der Junge? Ich auf jeden Fall. Es geht nicht noch mal scheiße, wenn du bestummt bist. Du dickes Ding. Oh, wie sieht das aus? Ja. Alter, ich kenne die Map absolut null, Monte Cassino. Klasse. Einziges, die ich kenne, ist vielleicht Market Garden. Da hat sich die Künstler. Ich bin da hin, über rechts. Was ist denn das? Was spielen wir? Team Deathmatch. Äh, was ist denn? Wir werden einfach nur die Leute töten. Ah, mit einer mit A-Kippo hinter mir, weil da müssen wir ein bisschen rollen. Naja, dann eben halt mit der Nambu ein bisschen rumrotzen. Die ganzen Bilder hier, die gehen wir voll aus Schwein. Ja, macht Sprecy. Äh, schon wieder einer mit Schild auf der linken Seite. Habt er? Nö, nö. Ich komm, ich komm. Ich komm mir grad die Map an. Sollst du nicht die Map angucken? Also du machst deine KD-Völfung. Äh, mir egal. Hä? Wo war'n der jetzt gerade? Ich lach doch noch mal einer. Hä? Wo ist denn der hin? Oh, da kommt der noch Schlitten. Glaubt du den? Ich bin so warnschig, wie du bist. Nee, ich rede hier mit meinen ehemaginären Freunden. Da unten. Nee, kommt's hier. Nee, ne, 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 ne. Warte, ich mach' mal Hubschraubern. Kommt damit, Pumpe. Kommt um'n Schild. Ach, du kannst auf dir das schon mal rumdürfen, das hab' ich jetzt gerade ausgecheckt. Pfff. Hä, wo ist... Wo ist denn der jetzt so? Mit ihren Scheißschildern, ey. Was war'n das jetzt so? Der wurde infiziert, übrigens Spaßmann. Infiziert war'n übelst, geil. Also hat mir jetzt so wirklich richtig gut gefallen gehabt. Alter, alle über die linken Seite. Akimbo wieder. Wie komm'n über dem... Aber weg. Aber ich komm' es war's bis jetzt am besten, muss ich sagen. Der mit Akimbo holt mich immer wieder weg. Mit der andere weg, ich weiß'n mal was hat. Komisch MP. Einen Schuss, ich schuss, ich bin da. Huuuuhuuhu, Mutti Mutti Mutti. Hm, schau' er. Ach, da innen, da ist ein bisschen kurios. Der Obstodadu. Ah ja. Was, der Obstodadu? Oben auf'n Dach ist wieder einer, ich denk' am Mittag. Aber genau wieder hin mir bespauen, aber ernsthaft. Das ist nicht der Ärmste. War'n der Wichser jetzt. Die Mitte irgendwo. Mich zieht immer der eine mit Akimbo ab. Die Linke Hand beim Brun. Gut, hier ist er von rechts. Oh, kommt da mit der Schrot an. Da ist er mit'n Schild. Das gibt's nicht, den hab' ich nicht gekriegt. Äh, ist dann. Alter, der hat mit seiner scheiß Akimbo, alter. Fuck off, Junge. Oh, alles so, Akimbo gut. Wer erinnert, der wollte mich immer wieder weg. Da hat einer übelst gute MP. Inzwischen, was hat der Schuss, äh, hier, Schuss. Keine Ahnung. Wissen nicht, ob da der Schmeldfeuer noch drauf hat, oder? Vollmann, Dürk. Ich hab' es jetzt auch nur inzwischen abgemacht. Das Spiel muss auch schon dann. Ich lauf' genau dagegen, wo kein Schwein ist, wenn ich, auch wo bin, wir auch gleich auch schaffen. Hinten, äh, äh, in der Mitte, über dem Markplatz, einer hinterm Fass. Parkplatz, wo ist denn, ja, Parkplatz? Mark-P-P-Latz. Ach, Marsch-Scheiße. Noch nicht. In 10 Minuten hast. Ja, Breide, ich komm's wieder mit ihm, Scheiße. Kack-Ding. Läuft einer hinten rum? Anwaltungsvergleichung, verhörte da, die Re-Supply. Oh, das war knapp. Nimm, sei doch, nimm, 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 nimm. Ich bin schon dabei. Was sind drin? Hörse. Was sind sie? Ne, hörst du? Hörse. Hörse? War nicht bei mir? Akembo, 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 komm, rechts, Alter. Wo ist denn das Schwein? Hä, wo geht's denn hier raus? Oh, mit Pumpe wieder hinter mir, da liegt sich immer irgendwo hin, diese Flachpfeife, alter. Die Flachpfeife, ich bin immer steckt geblieben. Ich bin auch wo reingesandt. Ich hab's gesehen, das ist ein bisschen. Allerlinks, auf der Länge, Seite, bitte. Ähm, hier an den Abgrund, hier am Hang. Und, ja, schöne, danke, die dreckische Nutte, alter. Was, jetzt haben wir noch verloren? Eeeh, ich war ja ernst. Gut, wir hatten vorletzten. Schwer, tricky. Tricky heißt, in dem Sinne da eigentlich kompliziert. Ja, das ist doch. Oh, grünelkacko. Weil das sagt, der, der mit dir kaputt das Headset hat, gell? Der mit seinen fetten Arsch, das ich wieder draufsetzen musste. Ich hab wenigstens einen Arsch. Hm, einen fetten. Nicht so wie dein Knochenarsch. Ja, meiner ist schön. Meiner steht aus purer Muskelmasse und nicht nur aus Fett und Scheiße. Ich hab mal aus Knochen. Ja, bei deinem Arsch, das steht doch aus Scheiße, Alter. Ja, das ist jetzt nicht auf den Stuhl. Das sind zwei Abdrücke, einfach nur aus Knochen. Scheiße, das stand grad Babu. Was? Das stand grad Babu. Babu? Huba Babu? Ja, ich stehe da gerade. Nee, wie ist das? Huba Buba. Huba Buba. Huba Buba, Alter. Doppelte XP, könnt mich mal. Ach du Scheiße, ist das ein offenes Geländer. Na, halt auf. Ja, wir werden sie wieder snipen. Ich werfe einfach mal irgendwo ein paar Kanaden in, wenn ich das schneide. Oh, da ist einfach. Wieder einer Mikroaktiv. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh Gott. Was? Bist du runtergeflogen? Ich brauche nicht. Alter, ich habe mich vorher schrocken. Ich bin hier runtergefallen. Äh, rechts ist... Ah, das war schon wieder... Links, links, Akimpo. Klappen. Danke. Oh Gott, der Kammer hat mich schon, Alter. Wir brauchen Reinforcements. Wollte echt innerum laufen, gell. Ach, ist das eine übelste... Ach, sie meppt jetzt schon, Alter. Möchtest du? Komm, der Weko macht man mit. Genau... Daue... Endaute uns zwei weg. Don't jump, Zoe. Oh, ich komm, da sag... Oh, ich komm. So... Ab in den Scheißkasten! Alter, da mit seiner Dreckschnur, Hobopumpe! Da ist er mit links um die Decke gesprungen. Okay. Wo ist der andere? Wissen ich. Wo ist der andere? Wissen ich. Wissen ich. Und da ist er aber so links runter. Oh, das hat er mich noch geholt. Ich hab mich schon von meinem Kreis gedreht. Ich wusste, ich war nicht wo. So, jetzt bin ich mal auf der anderen Seite. Schnauze. Ich weiß nicht, der Hitler. Ist der Hitler mit drin? Nein. Stato! Oh Gott! Das ist der Stalin! Oh Gott, Junge! Seid da mal drin, mach dich kalt! Einen hab ich da, aber noch einer. Oh, hier geht's runter. Das gibt's noch nicht. Wieso hab ich dir nicht aufwischt? Wieso hab ich dir nicht aufwischt? Hinter dir, Seidler! Oh, jetzt kommt er mit Pumpe. Oh, Schweiz. Äh, 1-1 Costa Rica. Oh, Pumpe unten im Tunnel. Oh, schüss. Abm. Mal wozu und kam mal Kimbo-Witze. Take him! Alter, diese Scheiß-Hobo-Abkippo! Oh, oh, oh! Au! Wo noch? Hinter mir! Ja, ich hab grad nachgeladen, so eine Scheiße. O-Dig! Wir haben einen Rekord anrund! Der Sniper muss auf der anderen Seite. Ha, ich hab's wieder geholfen mit der Granate hier und nötten. Und hinten snipet ihn rum, Gav. Ganz hinten bei dem im Spawn. Ja, ist super. Und da hinten ist zurück. Ah, jetzt kommt es hin bei uns. Das Meer auf. Stormreffe. Hinter mir auch da mit seiner scheiß Pumpe. Hey, wo war'n der? Oh ja, ganz nur, ey. Den hat der Frau nicht gesehen, das gibt's ja wohl gar nicht. Wie da drüben. Kann man noch nicht mal oben reinschwingen, das heißt, das ist doch nicht mehr. Achtung, selber. Bist du denn jetzt wieder hinter mir? Steh ich nicht. Ich, ich, ich push. Einen hab' ich, oh, und, oh, 222 push. Ähm. Hat nur ne Granate noch gesehen, das ist ja nicht mehr. Ich schwäche hoch. Oh Gott, Hilfe! Ach, ich pumpe hinter uns. Na, 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 gut, selber. Ja. Wollte ich gehen. Wo ist er hin? Ja, jetzt sind wir gerade eben noch die Treppen hoch. Wo ist er hin? Jetzt bin ich wo gehört. Das war meine. Achso. Keil. Ne, da ist shit, Mann. Da ist noch einer, ja. Da ist noch einer, ja. Da bist du nicht so geblendet. Da bist du nicht so geblendet. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich war da geblendet, ich war da geblendet. Schön. Komm. Ich hab schon wieder geblendet. Hast du? D4 hast du so schön. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Hinter uns, hinter uns. Scheiße, halt angehettet. Okay, hast du. Müsst mal gewinnen. Oben wieder im Dingswumms. Oben wieder im Dingswumms. Scheiße, wieder unten im Dingswumms. In Detail. In decay. Ooooooh. 3. Na, weil die auch immer zu 20 Schraufen. Was? Raufen? Brof? Ne. Na, der eine Schildkunde und der andere wächst noch mal Pumpe. Alter. Den kann, das kann man auch. Auf jeden Fall. Ja, Martin Garten haben die Steuern gebe ich nicht so aufgebaut sein wie die an anderen Map. Die haben sich viele beschwert, wie ich gelesen habe. Also, zwecks Treppen fehlen da drin, wo sie, ach, alles mögliche, da haben sich viele beschwert. Ich hab keine Ahnung mal, wie die Map allgemein was da ist. Ich auch nicht. Ich spiel's jetzt gerade das erste Mal. Ich will die wenigstens alle drei mal sehen und dann kann ich immer noch mein Statement dazu abgeben. Ja, das war doch die Ene Mission bei irgendeinem Kauf-2D. Martin Garten. Ich hab eine Operation machen, glaube ich, es ist nicht mehr. Mhm. Ah, hier die Windbühle, die hast du mit Zombie-Modus dann auch. Okay. Auch zu Zombie-Modus. Was? Auf zu Zombie-Modus hab ich gesagt. Ja, muss man mal machen, oder? Das war natürlich geil, wenn du irgendwie was aktivieren könntest, wo Zombie-Modus auf einmal kommen. Oh, wieder mit Pumpe hier drinnen. Ich glaube, hier drinnen kannst du nur mit Pumpe spielen. Fuhh. Klamour ab, ey! Ach, he 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 he. Trünnchen für's Bländchen. ich sitze auf der scheißhau ist wie geil ist denn das ach so wir spielen ja auch kein team deathmatch ich war jetzt voll auf team deathmatch eingestellt auch gleich herumgebrüllt da könnte dreckisches schwein wie denn darf man nicht sagen oh jetzt kommt einer mit dem schild rein nimmt ihn von der seite die stelle muss übrigens woanders gehen wenn ich diese schildkloppen hasse oh jetzt bin ich gleich mit dem schild nach und wieder ab Prozent hohen ich schüsse Gott sei scheiß krank ich stelle doch nur so feindlich schnell hin das wird ja nichts mit der Hinter immer beim nachladen kommt dieser pumpenwix um die ecke pt.o muss man sehen dass mich die punkte die punkte stelle das war eine kleine stelle fia hör mit rau ab auch das schweizer gesprungen oh der kapitel das war meine kreiber ach so ich bin nicht getötet Granate, Granate, Granate. Wo kommt die alle her? Nein, die haben einen falscher Meeker dritte! In meinen Vorräten! Bist du bescheuert? Warum machst du so'n Scheiß? Na, das geht mir auch schwein. In meinen Vorräten. Falscher Meeker. Na, dann machst du heute kalt. Gammelst du etwa? Na nee, die wurden ja aufgenommen vom Gegner! Na, was wirst du, dass du da ein besoffenes Brüder krachst? Na, was soll denn das für Funk, ey? Ach, hat dein Maul! Ich spiel mir nur mit Versagern, ey. Soll ich seh, ich wär erst ein letzter. Geht ich gar nicht an. Ne, da ist Susu. Susu. Ich bin Förder. Förder reicht mir in dem Spiel. Alter. Oh, der Haken ist mit einem Schild in der Ecke. Das sind solche... Fuck off, Boys, Alter. Ein, zwei. Lass mich schon mal vorbei mit deinem Schild. Ich fäll' schon nirgert. Ich hab' es mir geholt. Ich hab' jetzt ne Granadelein geflacht hinten ins Eck. Neue Hardport. Flush out the enemy. Enemy hold the Hardport. Hardport is getting overrun. Need Reinforcement. Bring out the movement. Enemy Recon aircraft observed. Zwei innen in Brasilien. Enemy Flamethrower observed. Okay. Du willst gar hinloben. Oh, Flammerver. Natürlich. Können doch. Genauso drunter. Einmal und jede Ecke ne Granade holen, dann geht das schon. Hä? Ist mir worden da an der Tür noch angezeigt? Achso. Seine Scheißpump. Die Komponenten, die Komponenten. Chill Fixer. Scheiße. New Hardpoint. Motor ist ein Hardpoint. Ohohoho. Gerゲes. Geht an die Rabbi. paints ohotsdeling. Recon airport. Nerven Ferrari. Wir lernen einen Kampf. S PHILOSTERN Eheb chamberlangen. Von mit der Hand landlord … Hohohoho. Das Digge hat's vorwiegende Augen. Sehr gut. Von einem Flammbarof. Oh. Danke. Merci. Lalalalalalalalalalala Oh, jetzt kommt Ey, jetzt lass ich mich vor allem Passiert mir nichts Doch, ich bin gestorben Ey, das mit den Schildern Hör ich nicht rum, spiel Nee, geh lieber ins Bett Muss man früher aus Ah, dieser Küchenhomo Oh, ich Hör mal Ich bin das Baby Du musst mich lieber werden Ich bin das Baby Links den Ball, überall runter Hab ich Oh, hier Hab ich Oh, hu, hu, ha Ha, hu, ha Hör nicht Oh, da läuft's doch das ganze Gebäude hier, um nur, um zu den scheiß Hardpoint zu kommen, ey Granate Ja, da ist schon wieder Ja, da ist schon wieder No, ich kann wieder Hä, wo kommt der her? Das verstehe ich jetzt gar nicht Was war denn das jetzt so? Was macht das jetzt so? Sag ich, irgendwie, was ist das so? Hast du mir da gerammelt? Wie ist denn das Raul? Du hast keinen Punkt oder wo und so wird das Wie? Hartpoint is getting overrun Need reinforcements Yes, and defend the hardpoint Achtung Oh eh Was, da gibt mir einen ich sterbe ich sterbe ich habe keine munition ich habe du auch so dieses dreckshumor schild die sollen das wieder rausnehmen ohne mist ich weiß auch so schlechtes sauer mp ich mache einen schraubank Ich mach den Schraub an. Sind auch welche draußen. Ich mach mal hier Plate Bomb an. Den krieg ich, den krieg ich, den krieg ich, den krieg ich. Der hat mir ein Ergebnis-Shield. Ja, mich auch, mich auch. Hast du den draußen? Rechts den hab ich. Recon Flight concluded. Hahaha, wie ist ein Endstopp und nur den Schild? Die Typen wegzukriegen. Doch, er hat gar nicht gerade hingewiesen worden. Hilfe! Schild! Ja, hier rollst du noch jemanden. Stürm! Jawel! Nein! Du hast noch Kult was. Ich lauf hier die ganze Zeit nur um Scheiß aus rum, ey. Komm mir vor wie so ne Putzfee. Pummelfee. Pummelfee. Hilfe! Ich hab hier geholfen, Hilfe! Hilfe, Hilfe! Hilfe, Hilfe! Schieeeee! Schildkrötenmann! Bärm, der Schildmann. Huberton kommt wieder mit dem Schild. Hinter mir! Das kann man nicht sagen, die Spawns. Weg! Weg! Ich lass doch mal. Juh, ich hab's letztes eigentlich wieder überguckt. Ohohohohohohoho! Wieso hab ich das eigentlich wieder überholt? Fett, fett Backe! Das war ja, das war das Emscale Ding. Guckst du, wie alle zeracer gegangen sind? Ja, ja, ja.